Donnerstag, 9. Juli. Alle nötigen OPs könnten eingesetzt werden. Nur im Bereich Füße, Zehen, Fersen und Drüsen wäre es möglich, besser sie erst ab 11. anzusetzen. Zahnbehandlungen aller Art wären gut und eher weniger schmerzhaft. Feuchte Hausarbeiten sind gut zu erledigen, alles wird schön und auch glänzend. Es ist ein Tag der Endkontrolle und Feinabstimmungen könnten vorgenommen werden. Reinigen, Entrümpeln klären Sie. Sie könnten den Tag durchaus als anstrengend empfinden. Beseitigen Sie auch letzte Unklarheiten und trennen Sie sich von Überholtem oder Ungeliebtem. Das gilt vom Materiellen bis hin zu seelischen und Beziehungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. Vielen Dank.